Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Video von uns. Heute gibt es ein ganz ganz besonderes Video, denn heute mache ich mit meinen zwei süßen Einhörnern hier echten Nickelodeon Slime für euch. Das heißt, wir werden heute in diesem Video versuchen, diesen grünen, superflitschigen Slime nachzumachen und es wird am Ende des Videos sogar einer von uns damit begossen. Aber diesen coolen Slime machen wir zu Ehren der Kids Choice Awards, die ja bald ausgestrahlt werden. Und zwar wird am 25. März um 19 Uhr auf Nickelodeon die Show aus L.A. ausgestrahlt. Also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr euch das anschauen wollt, wie dort die ganzen Nickelodeon Slimes mit dem Slime übergossen werden. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir unseren Slime machen, dann bleibt dran und seid gespannt. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns schon einige Sachen geholt. Und zwar haben wir hier einmal eine Schüssel. Dann, zeig mal, Lara, was haben wir hier noch? Das ist kein Brot. Das habe ich, das ist Geliermittel. Das Rezept, nachdem ich das nachmache, ist das mit Jell-O. Das ist, glaube ich, so auch Geliermittel für den Nickelodeon Slime. Die Kinder haben jetzt schon Spaß. Ja, darf ich mal hier zu Ende reden? Auf jeden Fall habe ich das Originalrezept gefunden mit Jell-O. Und ich finde hier in Österreich kein Jell-O. Deswegen habe ich hier Geliermittel gekauft. Und zwar drei Pakete. Ich hoffe, das wird mir reich. Pakete, habe ich gesagt. Dann habe ich hier Shampoo. Einfach ein Stück nochmal. Shampoo. Was? Shampoo. Shampoo. Mein Haar, Shampoo. Genau. Dann haben wir hier Mehl. Shampoo. Ja, Shampoo. Wir haben hier einen halben Liter kochenes Wasser. Das ist schon. Ich kann gar nicht kochenes Wasser. Nein, es ist nur noch mehr warm. Und dann natürlich grüne Lebensmittelfarbe, denn der Nickelodeon Slime ist grün. Also, ich würde sagen, wir vermischen das jetzt mal. Ich bin jetzt ja jeweils gespannt, ob das klappt. Ich komme mal auf. Mach doch. Ich mache das auch und du darfst es dann rein lernen. Machen wir alles rein? Keine Ahnung. Machen wir mal ein Paket rein. Eine. Okay. Achso. Ich mache dir das dann. Okay. Ich muss mal schauen, wie das überhaupt funktioniert. Ein Beutel reicht für 500 Milliliter Flüssigkeit. Oh Gott. Dann nehmen wir nur einen Beutel. Wir nehmen mal nur einen Beutel. Und ich habe hier so viel gekauft. Ja. Oh, nicht so streuen. Mach so ganz normale. Genau. Ein Beutel reicht auf jeden Fall. Warte, Lara, lassen wir mal nur einen und dann schauen wir mal weiter. Oder warte, wir haben ja mehr Flüssigkeit. Ist egal. Die Lara darf auch einen rein machen. Vielleicht ist es dann umso cooler. So. Huh. Nicht mäßig. Fertig. Wir lassen mal das. Wir haben jetzt mal zwei Beutel rein getan. Frau Mott, viele und weniges. Wir machen jetzt den Shampoo rein. Machst du noch rein? Was geht's rein? Du darfst dann das Wasser rein schütten, okay? Okay. Komm. Boah, das hat sie eh schon raus. Einfach so. Ja, schon gesagt. Drücken, drücken, drücken. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal, sagen wir mal, die. Machen wir. Ist egal, machen wir das Ganze. Also jetzt sind wir beim Eingang. Mach mal das Wasser. Super. Oh. Oh. Wir haben uns auf jeden Fall ein Schneebesen geprüft. Mach mal Mehl rein. Weiß es aber auch nicht so viel genau. Wir machen immer so nach dem Eingang. Machen wir mal mehr. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht. Lassen wir es mal. Machen wir mal verrühren, rühren, rühren, rühren. Aber es ist ja sehr viel Schaum noch darüber. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht noch ein Jello reingeben soll. Was ist ein Jello? Ich habe ja kein Riecht. So ein Jellier-Packal. Aber das ist ja dann für Beria-Jakka. Mh. Willst du dir eins reingeben? Okay. Wir wollen ja, das ist super frisch. So, warte, Lara. Nicht mehr. Wir reichen mal jetzt eins. Eine. Nein, nicht noch eine. Nicht noch eine. Warte mal. Ich will auch rühren. So, umrühren. Ich will auch. Magst du auch umrühren? Ja. Alle wollen umrühren. Komm, rühre auch mal. Ich will auch. Ja, klar. Rühren, rühren, rühren. Super. So, wir könnten gleich mal die grüne Farbe reingeben. Ich habe hier die grüne, die ist frisch. Ich mache die mit dem. Na, mach mit dir. Ich bitte nicht auf meine Hose, gell? Ich mache die gleich drüber. Nein, ich muss jetzt so mehr. Ich muss jetzt so eine Gelee-Farbe. Nee. Ich muss jetzt so ein bisschen was. So, soll ich das jetzt rein? Wow, schaut mal, wie grün das jetzt wird. Cool. Cool. Das lassen die Mami auch mal. Schau ich das zu machen. Nein, wir wollen ja noch mehr grün, oder? Okay. Jetzt mach mit der anderen Seite. Weil jetzt haben wir ja das schon mit dem Ding reingefahren. Es ist mir noch zu schäumig, muss ich ganz ehrlich sagen. So? Okay, okay. Ja. So, ich glaube, warte, darf ich mal kurz... Mal schauen, ob es sich nicht schäumig ist. Nein, es ist noch zu schäumig, oder? Soll ich vielleicht noch ein bisschen Mehl reingeben? Ja, das ist viel zu flüssig. Schau mal, das ist noch... Ja, mach noch Mehl rein. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen schleimiger. Cool. Wow, voll cool. Mit der Hände... Warte, 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 warte. Ich glaube, das war jetzt schon zu viel Mehl. Oh nein. Oh mein Gott. Oh, ja, ich dürfte auch gleich eins bleiben. Ohhhh. 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 Komm, Laura. Das habe ich mir jetzt jetzt schon ziemlich komisch gemacht. Ahhhh. Ahhhh. Wir rühren jetzt alle mit den Händen. Rühren, rühren, rühren. Aber bitte herinnen rühren und nicht da. Ahhhh. Das ist schon cool. Auf jeden Fall irgendwie so Stresstherapie. Jaiiii. Jaiiii. Fühlt sich schön an, oder? Ja, ja. Das ist richtig entspannend. Können wir ein bisschen Farbe in die noch reingeben? Weil es ist ja wieder zu hellbrün geworden. Jaiiii. Jetzt ist es richtig schlauig geworden. Ja, schau mal. Wow, cool. Und das Wasser. Jaiiii. Aber das ist super. Ja, aber der Nickelodeon Slime ist ja flüssig. Jaiiii. Der riecht ja, also der ist ja nicht so wie Slime, mit dem man so spielen kann. Jaiiii. Jaiiii. Zwei. Drei. Jaiiii. 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 Ja, die Michelle hat sich das bitte selbst ausgesucht. Sie hat gesagt, ich will bitte, ich will bitte. Jaiiii. 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 Und? Macht das Spaß? Ja. 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 Ich habe grüne Haare, Leute. Yo. Du schaust aus wie deine Prinzessin. Hast jetzt einen Helio. Juuu. Ich habe schöne Haare. Ulala. Ja, meine Lieben. Dann bin ich heute fast fast jetzt mit dem Video. Oh, dein Haar. Hast du mir jetzt grün gemacht? Uuuu. Ihr seht, das war's für den Video. Ich muss hier einfach schnell weg, weil die macht mich hier ganz grün. Und schau auf jeden Fall mit uns am 25. März die Kids Choice Awards Show aus L.A. um 19 Uhr auf Nickelodeon. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.